April. Unser Monat, Rainer. Der Monat vor dem, der uns zusammenführte. Wie viel muss ich da deiner denken? Und es ist gar nicht zufällig. Enthält er doch alle vier Jahreszeiten, der April, mit seinen Stunden einer noch fast ehren winterlichen Schneeluft, neben solchen glühender Strahlung und neben den herbstähnlichen Stürmen, die, statt mit entfärbtem Laube, mit zahllosen Knospenhülsen den feuchten Boden bedecken. Und hält in diesem Boden nicht Frühling sich auf zu jeglicher Stunde, den man weiß, noch ehe man ihn schaut? Von alledem her jene Stille und Selbstverständlichkeit, die uns aneinander schloss wie etwas, das immer da gewesen. War ich jahrelang deine Frau, so deshalb, weil du mir das erstmalig Wirkliche gewesen bist. Leib und Mensch ununterscheidbar eins. Unbezweifelbarer Tatbestand des Lebens selbst. Wortwörtlich hätte ich dir bekennen können, was du gesagt hast als dein Liebesbekenntnis. Du allein bist wirklich. Darin wurden wir Gatten, noch eher wir Freunde geworden. Und befreundet wurden wir kaum aus Wahl, sondern aus ebenso untergründig vollzogenen Vermählungen. Nicht zwei Hälften suchten sich in uns. Die überraschte Ganzheit erkannte sich erschauernd an unfasslicher Ganzheit. So waren wir denn Geschwister, doch wie aus Vorzeiten, bevor Inzest zum Sakrileg geworden. Unsere Zusammengehörigkeit, bereit und gewillt, um deinen Ausdruck zu gebrauchen, für aller Jahreszeiten hell und dunkel, hatte sich an unabänderlich obwaltenden Lebensumständen zu erproben, die sogar die dichterische Äußerung davon fast verboten. Aber ob wir das Recht hatten, damals gedichtet es so zu zerstören, wie wir es getan? Es besaß gegenüber Späterem so sehr die Züge, das Antlitz deiner Reinmenschlichkeit, nur Menschlichkeit, die sich gleichsam noch nicht so endgültig durch dein vollendetes Dichtertum sanktioniert fand, dass es dir der Erhaltung künstlerisch wert genug erschienen wäre. Aber in viel späteren Monaten, in Schmagendorfer Waldfrieden, als du in kürzester Zeit berauschten Zustandes den Cornet aufschriebst, fiel dir darin Ähnlichkeit mit Strophen von damals auf, die wir nicht mehr vergleichen konnten, die jedoch der technischen Meisterung des temperamentvoll Unwillkürlichen noch entbehrt haben mochten. Mir selbst erging es nun seltsam, insofern ich deiner frühen Lyrik trotz ihrer Musikalität kein Verständnis entgegenbrachte. Von daher dein tröstendes Wort, du werdest es schon noch einmal so einfach sagen, dass ich es doch noch verstände. Erst eine einzige Ausnahme gab es, auch bei an mich gerichteter Lyrik, als du das Blatt in mein Zimmer legtest. Da war es wieder der Fall, dass ich, freilich sonder Vers und Rhythmus, wiederum dir das Gleiche hätte sagen können und raunte es denn nicht in uns beiden gemeinsam vom Unfassbaren, das wir, bis in den Wurzelgrund der Leiblichkeit erlebt, auf unserem Blute trugen, bis in die geringsten, bis in die geweihtesten Augenblicke unseres Daseins. Auf meine Fürbitte hin hat diese Dichtung deshalb Raum gefunden im Jahre späteren Stundenbuch. Lösch mir die Augen aus, ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu, ich kann dich hören. Und ohne Fuß noch kann ich zu dir gehen, und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Brich mir die Arme ab, ich fasse dich, mit meinem Herzen wie mit einer Hand. Reiß mir das Herz aus, und mein Hirn wird schlagen. Und wirfst du mir auch in das Hirn den Brand, so will ich dich auf meinem Blute tragen. Hatten wir uns unter Menschen kennengelernt, so war darüber längst ein zweisames Ineinanderleben geworden, bei dem uns alles gemeinsam war. Rainer teilte ganz unsere sehr bescheidene Existenz am Schmagendorfer Waldrande bei Berlin, wo in wenigen Minuten der Wald in die Richtung von Paulsborn führte, vorbei an zutraulichen Rehen, die uns in die Manteltaschen schnupperten, während wir uns barfuß ergingen, was mein Mann uns gelehrt hatte. In der kleinen Wohnung, wo die Küche den einzigen wohnzimmerlichen Raum außer meines Mannes Bibliothek darstellte, assistierte Rainer mir nicht selten beim Kochen, insbesondere wenn es sein Leibgericht, russische Topfkürze oder auch Borsch gab. Er verlor alles Verwöhnerische, das ihn früher an geringsten Beschränkungen hatte, leiden und seinen geringen Monatswechsel beklagen lassen. In seinem blauen Russenhemd mit rotem Achselschluss half er mir Holz zerkleinern oder Geschirr trocknen, während wir dabei ungestört bei unseren verschiedenen Studien blieben. Sie betrafen vielerlei. Am eifrigsten aber betrieb er, der seit langem tief in russischer Literatur gelebt, russische Sprache und Landeskunde, seitdem wir ernstlich unsere große Reise vorhatten. Eine Zeit lang hing sie mit einem Plan meines Mannes zusammen, eine Reise nach Transkaukasien und ins Persische zu unternehmen, woraus nichts wurde. Wir gingen nun gegen Ostern 1899 zu dritt nach Petersburg, zu den Meinigen und nach Moskau. Erst um ein Jahr später durchreisten Rainer und ich Russland ausführlicher. Obgleich wir nicht zuallererst Tula und Holstoi aufsuchten, bildete doch seine Gestalt gewissermaßen das Eingangstor zu Russland für uns, denn wenn es auch bereits früher Dostoyevsky gewesen war, der Rainer die tiefen menschlicher Seele an Russen erschlossen, so wurde es doch Tolstoi, der ihm gleichsam den Russen als solchen verkörperte, infolge der Gewalt seiner dichterischen Eindringlichkeit in allen Schilderungen. Dieser zweite Besuch bei Tolstoi im Mai 1900 fand nicht in seinem Moskauer Winterhaus statt, wie der auf der ersten Reise, sondern in dem 17 Verst von Tula gelegenen Gut Jasnaya Polyana. Ganz konnte man ihn auch wohl nur auf dem Lande erleben, nicht in Stadt und Zimmer, mochte sich dieses noch so bäuerlich abheben von den übrigen Gemächern des gräflichen Haushalts, oder mochte es den Hausherrn noch so unbefangen in selbstgeflicktem Kittel oder bei Handwerksarbeit zeigen oder an der Familientafel bei Grütze und Kohlsuppe, im Gegensatz zu den leckeren Gerichten der Tischgenossen. So war diesmal bezeichnenderweise der stärkste Eindruck, den wir empfingen, der von einer kurzen Wanderung zutritt. Nach einer Frage an Rainer, womit befassen sie sich? Und dessen etwas schüchterne Antwort, mit Lyrik, war eine temperamentvolle Entwürdigung jeglicher Lyrik auf ihn niedergeprasselt. Ihr aber volle Aufmerksamkeit zuzukehren, hinderte uns beim Ausgang vom Gutshof ein fesselnder Anblick. Denn ein Pilger von fern, schon Greise, war herangekommen, wurde nicht müde, den anderen Alten unter stets erneuten Verbeugungen und Grüßen zu ehren. Er bettelte nicht, er grüßte nur, wie die vielen, die oft von weit her kamen, zu dem gleichen Zweck, ihre Kirchen oder Heiligtümer wiederzusehen. So mussten wir, indes Tolstoi achtlos weiter Schritt, die Ohren nach beiden Seiten spitzen, aber unsere Augen blieben umso konzentrierter beschäftigt. Jede Bewegung, Kopfwendung, jedes geringste Innehalten in der brüsken Gangart vermittelte uns Tolstoi. Die frühsommerlichen Wiesen quollen über von Blumen, wie man sie selten so hochgewachsen und tiefgefärbt trifft, außer auf russischer Erde. Auch noch innerhalb des Waldschattens deckten unwahrscheinlich große, vergiss mein nicht, den etwas moorigen Boden. Und stark betont, wie diese Blumenfarben selber, blieb mir eindringlich in Erinnerung wie Tolstoi, inmitten lebhaften und lehrhaften Sprechens, sich förmlich jählings bückte, mit hohler Hand, etwa so wie man nach Schmetterlingen haschen würde, büschelweise die Vergissmein nicht einfingen, sie heftig, als müsse er sie sich total einverleiben, ans Gesicht presste und sie dann lässig aus der Hand fallen ließ. Noch immer tönten, verschwommen hörbar, von fern her die verehrenden, begrüßenden Worte des Bauern. Aus ihrem Nicht-Enden-Mögen klang es gleich einem, dass ich dich noch gesehen. Und ich lieh ihnen aus unserem Gefühl die gleichen dankenden Worte, das gleiche begrüßen, dass wir dich noch gesehen. Vielleicht trug diese Stunde etwas dazu bei, Reiners Übertreibung zu veranlassen, die jedem begegnenden Bäuerlein erwartungsvoll entgegensah, wie einer möglichen Vereinigung von Simplizität und Tiefsinn. Aber mitunter erhielt er recht. So einmal bei Besichtigung der Moskauer Tretjakowschen Gemäldegalerie, die wir zugleich mit ein paar Bauern unternahmen. Vor einem großen Bild, weidendes Vieh, äußerte der eine unzufrieden, Kühe, kennen wir, was die uns schon angehen? Der andere verwies es ihm mit beinahe verschwitztem Gesicht. Diese da sind gemalt, weil sie dich was angehen. Weil du sie lieben musst, siehst du, darum sind sie gemalt. Du musst sie lieben, obgleich sie dich nichts angehen. Siehst du? Über seine eigene Erklärung vielleicht selber verdutzt, hatte das Bäuerlein sich drauf mit einem fragenden Blick dem neben ihm stehenden Rainer zugewendet. Und das wirkliche Erlebnis war hier Rainer, wie er auf den Bauern starrte, wie es aus ihm herausbrach in seinem mangelhaften Russisch. Hingerissen. Du weißt es. Und endlich waren wir eingekehrt. Dort, wo es Rainer scheinen musste, als begegnete ihm fort und fort, was ihn voller Sehnsucht hergetrieben hatte. In den Menschen und Landschaften der Volga. Strom aufwärts, vom Süden an bis in den Norden, wo wir hinter Jaroslavl landeten. Hier durften wir für einen Augenblick heimisch werden in der russischen Ispa, einer Bauernhütte. Immer wieder dem Volga-Dampfer entsteigend, irgendwo tief im Lande, fanden wir sie. Noch neu und harzduftend in ihrem ungeschälten Birkengebälk, denn ein junges Paar, das sie sich erbaut, zwischen den schon braunverwitterten, rauchgeschwärzten errichtet, war dann noch in Dienst gegangen um Bargeld. Umlaufende Bank, ein Samovar, breiter, frisch für uns gefüllter Heusack am Boden machten den Innenraum fertig. Im leeren Stallraum daneben eine zweite Strohschütte, obzwar die Nachbarbäuerin treuherzig zu bedenken gab, dass die erste ausreichend breit geraten sei. Sind wir nun einige Male dem Volga-Dampfer entstiegen? Waren wir nicht zu Gast bei solchen Bauern und war nicht sogar der Bauern-Dichter Droschin in seiner Hütte unser Gastherr? Gäbe es nicht ganze Bücher zu füllen mit dem, worin wir ganz aufgingen, in gespanntestem Interesse? Waren es nicht viele Jahre so hingebracht? Waren es wirklich nur Tage, Wochen, kaum Monate? Aber alles war immer wieder gesammelt, im Bilde einer Stunde und einer Isbar. Immer wieder geschah uns, was da geschah, wenn wir in aller Morgenfrühe schon auf der Schwelle saßen, den dampfenden Samovar vor uns am Boden und heiter den Hühnern zusahen, die so neugierig von den nachbarlichen Blockhütten zu Besuch antrabten, als kämen sie, ihre Eier zum Tee persönlich anzubieten. Die Isbar unterwegs versinnbildlicht in der Tat etwas von dem, was für Rainer Russland hieß und fair hieß. Eine dieser Blockhütten aus Birkenstimmen, Giebel geschnitzt oder in starken, ungebrochenen Bauernfarben, die es den Wintern und Sommern überließen, sie ins Dunkle oder Helle zu verwittern. Eine Stelle bedeutete sie, eine Raststelle für einen Atemholen lang, wie er es ersehnt, ehe die Wanderung begann und wie er es brauchte, um das Seine leisten zu können. Hier hauste Volk, dessen Geschichte Drangsal und Elend gewesen, dessen Grundnatur dennoch Ergebung und Zuversicht ineinander zu halten, verstand, wie auch Rainer selbst von Grund aus in sich ein Anbefohlensein spürte, das jedes vergewaltigende Geschehen noch sicher mit Umgriff. Dies Schicksalhafte hieß diesem Volke Gott. Keine hochthronende Macht, die seine Lasten aufhob, nur eine Obhut der Nähe, die bis an diese Herznähe keine letzte Zerstörung heranlässt. Der russische Gott Lieskows, der in der linken Achselhöhle wohnhaft ist. Rainer übernahm ihn, diesen Gott, weder historischem noch auch kirchlichem, seiner neuen Umgebung. Er bog in Russlands Geschichte und Gotteslehre seine eigensten Nöte und Andachten ineinander, bis es in Notschrei und Lobpreis sich ihm als ein Stammeln entriss. Das Wort ward wie noch nie. Das Gebet ward. Nun begab sich jedoch allmählich eine Veränderung, an der uns unser unschuldiges Lachen verging. Wir nahmen es erst für eine Störung leiblicher Natur, aber ein Zusammenhang davon mit jenem Widerstreit zwischen hymnisch Erlebtem und Aussage, Formung des hymnischen, verdeutlichte sich immer mehr. Ängstlichkeiten schlossen sich dran, fast Angstzustände, an denen die zwei einander nicht ausgleichenden Beanspruchungen sich gespensterhaft verstrickten. Am tiefsten erschrak ich damals während unseres gewohnten Mittagsgangs durch den prächtigen Akazienwald, als du an einer bestimmten Akazie nicht vorbeikonntest. Nach Vermeidung des ganzen Weges und nachdem du ihn anstandslos wieder aufgenommen, erinnertest du mich einmal daran, gegen die Bäume hinweisend. Weißt du noch? Ich blickte kopfnickend auf die benachbarte Akazie, die sich scheinbar in gar nichts von den daneben stehenden unterschied. Da weiteten sich dir die Augen in schier Ungläubigen entsetzten. Die? Nein, nein, die! Und man konnte sehen, wie der Baum nun begann, sich dir zu vergespenstern. Ähnliche Gefahren traten ein, wo dir die restlose Formung eines Eindrucks misslang. Nicht Enttäuschungen, Selbstvorwürfe, Niedergeschlagenheit, wie beim Durchschnitt von Normalmenschen trat ein, sondern ein Explodieren in Gefühle, die sich ins Ungeheure, Ungeheuerliche überschlugen, wie unter einem Zwang, sich davon überwältigen zu lassen, fast wie beim seligen, produktiven Zwang. Du nanntest es die von Angst irregeleitete Produktivität, wie einen verzweifelten Ersatz für den dir entschlüpften Formungsbefehl. Auf dem Untergrund solcher Verzweiflung verdeutlichte sich mit einem Schauer der Gewissheit, bis zu welchem Grade das Letzte, Ureigentliche des Menschen reiner, auch bei vollkommenstem Gelingen, ihn über das Kunstwerk, das Dichterwort noch hinweg, nach Erlebnis, nach Lebensoffenbarung greifen ließ und erst dies als Ruhepunkt, als Frieden empfinden. Davon hing alles für ihn ab, bis zur nächsten Schaffensstunde. Von daher beim spontanen Durchbruch der Elegien sein Jubel »Sie sind, sie sind«, nicht als Werk nur, sondern als die unfassliche Existenz selbst, worin Leistung, die er schuf, und Wesenheit, die ihn darin gnadenvoll umgriff, nunmehr eins waren. Das ungewollt strenge Antlitz des Engels, das auf ihn fordernd niedersah, ward damit wieder zum antlitzlosen Gott, da rein das Menschenkind eingeht, wie in das Gesicht allen Lebens. Innerhalb des produktiven Augenblickes ist beides das Nämliche noch, gleiche unzertrennbare Wirklichkeit. Was zum Engel aufschrie, dem nicht obliegt, zu erhören, der nichts kann, als seine Herrlichkeit und Schrecklichkeit, uns überwältigend darzutun, wird gleichzeitig zum Ausruhen an Gott, dessen Sein in der Unmöglichkeit gegründet ist, nicht zu erhören. Was ihn hochriss in Produktion oder was ihn bergend hineinnahm in seine stillsten Tiefen, war nicht minder schicksalhaft zwingend, als was ihn in falsche Aktivität verstreute oder ins nichts passiver Erschlaffung. Von diesem Umstand her suchte er schon früh eine vergebliche Rettung in der Annahme, er sei, wie er sei, vorgeburtlich bestimmt. Von immer da in all den Schäden geprägt, die ihn trotz seines heftigen Missfallens immer wieder ohne weiteres umwerteten. Die krassesten Worte dafür findet er für diese ihn nahezu lebenslang quälende in einem Brief vom 15. April 1904, nach einem der in immer größeren Zwischenräumen erfolgenden Wiedersehen mit ihr. Da schreibt er inmitten des Briefes an mich, Meine Mutter kam nach Rom und ist noch hier. Ich sehe sie nur selten, aber du weißt es, jede Begegnung mit ihr ist eine Art Rückfall. Wenn ich diese verlorene, unwirkliche, mit nichts zusammenhängende Frau, die nicht alt werden kann, sehen muss, dann fühle ich, wie ich schon als Kind von ihr fortgestrebt habe und fürchte tief in mir, dass ich nach Jahren Laufens und Gehens immer noch nicht fern genug von ihr bin, dass ich innerlich irgendwo noch Bewegungen habe, die die andere Hälfte ihrer verkümmerten Gebärden sind, Stücke von Erinnerungen, die sie zerschlagen in sich herumträgt. Dann graut mir vor ihrer zerstreuten Frömmigkeit, vor ihrem eigensinnigen Glauben, vor allem diesen Verzerrten und Entstellten, daran sie sich gehängt hat, selber leer wie ein Kleid, gespenstisch und schrecklich. Und dass ich doch ihr Kind bin, dass in dieser zu nichts gehörenden, verwaschenen Wand irgendeine kaum erkennbare Tapetentür mein Eingang in die Welt war, wenn anders solcher Eingang überhaupt in die Welt führen kann. So unermesslich persönlich das dasteht, so darf es dennoch nicht absolut persönlich verstanden werden, denn die Gewaltsamkeit der Übertreibung ist gerade das, was den Sinn des Urteils erst hervortreibt, nämlich ins Überpersonelle, beinahe Mythische zu rücken, was Rainer von sich selber abzuschütteln begehrte. Nachdem wir einmal zu dritt zusammengesessen hatten, mehrere Jahre später in Paris, machte es ihn noch geradezu fassungslos, dass seine Mutter nicht vom ersten Anblick an Abscheu errege, dass er mir lediglich reichlich sentimental erschienen sei. Sein Abscheu enthielt Verzweiflung durch den Zwang, sich in der Mutter ins höhnisch Verzerrte zu spiegeln. Seine Andacht in Aberglauben und Frömmelei, seine produktive Beseeltheit in eiteln Gefühlsdusel, aller Protest der Mutterwesen gegenüber, malt nur ganz schwach, wogegen Rainer mit tödlichem Grauen in sich selber protestiert, wenn sein wahrstes, begnadestes wie eine gespenstische Gewandhülse so tut, als sei sie er, urewiger Mutterschoß des Nichts. Wenn ich mir Menschen vorstelle mit Reiners Dichtungen vor sich, nicht also Leute, die nur lässig davorstehen, wie manche vor Gemälden an Museumswänden, dann durchschauert mich der Gedanke an das, was da zur Wirkung geworden ist, zur Wirkung nachschaffender Mitfreude. Der Gedanke, dass auch diese Miterlebensten kaum umhin können, ein Leben zu preisen, dessen Nöte und Kämpfe doch auf dies Herrliche hinausführen, auf dies für sie herrlich verlebendigte, ja mehr noch lässt sich davon behaupten, der Künstler selber wird daran der Großmütige, alle durchlebte Not dafür Lobpreisende. Nichts ist gewisser, als dass Rainer in der Feier der Elegien die feierliche Bejahung seiner Verzweiflungen vollzog. Im Geheimnis der Konzeption gibt es kein Nein vor dem Zusammenhang des Furchtbaren mit dem Schönen. Was undurchdringlich sich da begibt, geschieht unter dem Zuruf der Stimme, die schon im Stundenbuch hörbar ward. Lass dir alles geschehen, Schönheit und Schrecken. Wer es geschehen sah, dem bleibt tief im Blut ein Wissen um das Unaufhebbare von Reiners letzter Einsamkeit, die ihm, auch noch auf den Bergesgipfeln, nur einen Augenblick lang schonend die Hand auf die Augen deckte, vor dem Abgrund verdeckte, in den er sprang. Wer es geschehen sah, musste es geschehen lassen, machtlos und ehrfürchtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. wenn wir das über Bedeutungsjumpen Jordan-Kartausse wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020